Ich freue mich einmal für die Kickerwahl, dass ich wieder gewählt wurde von S. Faraghofen als Trainer und erwarten wir. Wir freuen uns über viele Stimmen von euch. Danke. Ich hoffe, dass es so weitergeht und wie man sieht, wir sind auf einem guten Weg, weiter geht's. Danke. Vielen Dank.